Puh, nach dem Schock, wir sind jetzt eh gerade erstmal bei 13% würde ich sagen, wir laden den EV6 GT jetzt erstmal kurz nach und muss auch mal zeigen, was er kann, aber halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp, was ist denn jetzt hier in der Zwischenzeit passiert? Lass uns doch nochmal kurz zurückgehen auf den Anfang. So, Kia EV6 GT, jetzt der zweite Teil, im ersten Teil bin ich den Wagen im Detail so ein bisschen durchgegangen, also die Differenzierungsmerkmale zu dem normalen EV6, das ist halt nicht nur die Leistung, sondern auch ein bisschen optische Merkmale und, und, und. Und in dem Teil jetzt geht es um eine Vollgasfahrt von Köln nach Bochum. Habe ich letztens auch zum Beispiel mit dem BMW i4 gemacht, habe ich mit dem iX gemacht und, und, und. Und ich würde sagen, wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg, wir müssen ein kleines Stück durch die Stadt fahren, beziehungsweise auf den Zubringer und dann geht es auf die Autobahn und es geht gleich richtig los, das sage ich euch ganz ehrlich. Aber, ein Manko muss ich direkt mal zu Beginn sagen, das ACC oder das Tempomat funktionieren ausschließlich im Eco-, Normal- und Sportmodus, nicht im GT-Modus. Lass ich so stehen, kann jeder meinen, was er will, nur um die maximale Leistung abzurufen, muss ich im GT-Modus fahren. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt direkt mal, das seht ihr, ACC nicht mehr verfügbar und wir gehen gleich richtig los und jetzt geht es los und wir drücken das erste Mal das Gas komplett durch. Wir halten es einfach komplett und die Beschleunigung ist echt heftig, muss ich sagen. Und weil das ACC nicht funktioniert im GT-Modus, werde ich jetzt mal echt das Umschalten auch mal zählen, weil zwischendurch halt ein, zwei, drei Passagen sind, wo wir jetzt nochmal komplett durchbeschleunigen, wo ich kurz mit Tempoformat fahren kann, weil dort ein Tempolimit ist von 100 oder 120. Aber ganz ehrlich, deswegen zähle ich das einmal mit. Der Durchzug ist echt heftig. Der gerade Auslauf, unglaublich gut von dem Wagen. Jetzt komme ich aber zu dem ersten Aber, sage ich ganz ehrlich. Der Durchzug ist geil, aber jetzt hier zu Beginn gerade, habe ich festgestellt direkt, der Fernlichtassistent funktioniert gar nicht. Und, da habe ich mich schlau gemacht, ab 180 kmh funktioniert der Fernlichtassistent im EV6 GT nicht mehr. Warum? Kann mir keiner schlüssig erklären. Wahrscheinlich, klar, Deutschland ist das einzige Land, bei dem man wirklich solche Geschwindigkeiten fahren kann. Es funktioniert nicht mehr. Das heißt, ich muss dann, wenn ich diese Geschwindigkeiten fahre bei Nacht, die Autobahn ist ja sehr, sehr leer, dann muss ich jedes Mal manuell das Fernlicht betätigen. So, das dritte Mal umschalten und wieder kräftig rausbeschleunigen. Und der Durchzug ist echt heftig. Jetzt geht es hier sogar echt noch ein ganzes Stück berghoch. Und der zieht, 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 zieht über 200 und es geht. Hier kurz ein bisschen Verkehr. Das gehört halt dazu. Und jetzt wieder direkt weiter über 200 und halten. Aber das mit dem Fernlichtassistenten, sage ich ganz ehrlich, echt ein No-Go. Tabu. Die weitere Fahrt vom EV6 GT finde ich sehr angenehm. Bis auf, dass in langgezogenen Kurven mir der Wagen sehr nervös vorkommt, im Vergleich zu einem BMW i4 zum Beispiel, den ich irgendwo in diese Richtung ansiedeln darf. Kommt er mir sehr nervös vor, sodass ich mich da nicht so ganz getraue, wirklich dann auf dem Gas teilweise zu bleiben, sage ich ganz ehrlich. Ist mit Sicherheit irgendwo ein Gewohnheitsthema. Wenn man häufiger oder länger den Wagen fährt, gewöhnt man sich vielleicht daran. Für mich ist das dann manchmal, dass ich dann in der langgezogenen Kurve vielleicht nur die 180, 190 fahre und nicht, wie mit dem i4, äh, wie mit einem anderen Wagen, wie mit dem i4, wo ich den hatte, auch als 50er, wirklich dann auch mal mit 200 oder 210 die Kurve weiterfahre. Ansonsten sieht man hier wunderbar Driving Assistant an. Das Thema läuft wirklich tippitoppi, wirklich Bombe. Das ist wirklich schön, muss ich sagen. Und jetzt geht es nochmal raus, das 3.7. Mal umstellen und jetzt kommt nochmal so eine richtig lange Passage, wo wir richtig Gas fahren können. 220, 230, ja, 210 und halten. Und hier sind halt so ein bisschen länger gezogene Kurven. Da muss man dann schon manchmal, also ich zumindest, manchmal vom Gas gehen. Hier nochmal kurz ein bisschen Verkehr und dann nochmal komplett rausbeschleunigen auf weit über 230. Hier kommt die Batteriemeldung. Das Akku ist gleich leer. So, das 8. Mal stellen wir jetzt um. Also 8. Mal habe ich den Fahrmodus gewechselt. Boah, weiß ich nicht. Ganz ehrlich, lasst einfach im GT-Modus das Tempomat aktivieren. Warum? Warum kann ich das nicht? Also im BMW kann ich es zum Beispiel machen. Einfach im Sport-Modus kann ich einfach Tempomat einmachen. Okay, lasse ich mal so stehen. Jetzt geht es zu dem Verbrauch. Also angekommen im EV6 GT. So, 194 Kilometer bin ich gefahren mit 30,8 KW-Stunden Durchschnittsverbrauch. 71 Kilometer gefahren mit 47,6 KW-Stunden. Piep. Muss ich jetzt mal echt so sagen. 47,6 für 71 Kilometer Vollgas. Also ich habe mich auf der Hinfahrt schon so ein bisschen negativ ausgedrückt dazu, dass für eine chillige Fahrt 21,5 da stehen. Ja, der Vergleich zum BMW i4 40 hinkt irgendwo, sage ich ganz klar, mit 28,9 KW-Stunden. Aber 47,6, jetzt rede ich fast über 20 KW mehr. Boah. Wir sind jetzt mit 14% Akkustand hier angekommen bei mir. Suchen jetzt direkt mal eine Ladestation. So, was haben wir denn jetzt hier direkt in der Nähe? Sim, sim, sim. Das ist echt schön, muss ich sagen. Wirklich cool gemacht. So, hier vorne direkt bei mir. Wittner Straße. Da sind viermal 300 KW. Da fahren wir jetzt mal flugs hin. Hier sind wir jetzt angekommen mit 13%. Denn ich will nochmal gucken, was ist denn mit Schnellladen? So, hier einmal die Tankklappe bzw. Ladeklappe quasi öffnen. Und dann sieht das so aus. Finde ich schon sehr cool. Gefällt mir, sage ich ganz ehrlich. Nützliches Thema. Macht man sich die Hände vielleicht nicht dreckig, wenn der Wagen wirklich siffig ist. Und wir starten jetzt mal den Ladevorgang. Denn ich bin mal gespannt, was der EV6 GT laden kann. Also 13% haben wir jetzt. Das Akku ist vielleicht nicht mehr so auf Spitzentemperatur, sage ich auch ganz ehrlich. Aber er kann maximal mit 240 KW laden. So, jetzt lädt er zügig hoch. Das muss man sagen. Das passt schon mal. So, dreistellig sind wir schon mal. So, wir laden jetzt faktisch gerade mal so, naja, eine knappe halbe Minute. 150 haben wir überschritten. Und schon haben wir die 200 Überschritten. Puh, das ist schon ordentlich. So, jetzt sind wir bei 200. Na, Bildschirm gesperrt. Na, toll. Super. Okay, 215. Halt ich nochmal kurz die Karte davor. Sim, 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 sim. Was haben wir jetzt? 216 KW. Ja, nach einer Minute. Boah, das ist schon ordentlich. Das ist schon echt ein Brett. Und wir machen mal eins. Wir gucken mal in den Wagen, wann er mir sagt, wann ich fertig bin. Das steht zwar hier in der Ladesäule. 16 Minuten, aber ich glaube dem nicht so ganz. Doch, in 16 Minuten bin ich auf 80% hochgeladen. Boah, das ist mal für Langstrecke echt eine Megageschichte. So, und jetzt gucken wir mal zurück. 223 KW sind wir jetzt sogar. Und wir haben 11,5, knapp 12 KW Stunden jetzt reingehauen. 4 Minuten nochmal geladen und für meinen Testlauf reicht das. Da muss ich sagen, Hut ab, passt. So, und ich würde sagen, so, was haben wir denn jetzt an Reichweite gewonnen? 72 Kilometer nur. Also, wir haben jetzt in 4 Minuten von 13 auf 27% hochgeladen und haben quasi die Reichweite nur verdoppelt. Das ist halt das Thema Verbrauch. Kia EV6 GT. Ich finde den EV6 optisch echt eine Bombe. Wirklich ein richtig cooler Wagen. Auch drin von den Assistenzsystemen, vom Fahrverhalten. Wirklich sehr, sehr cool. Was mich stört beim GT, sind einerseits die Schalensitze. Mir sind sie persönlich zu straff. Mag alles Geschmackssache sein, sage ich ganz ehrlich. Es gibt ihn aber ausschließlich mit diesen Schalensitzen. Das ärgert mich ein bisschen. Dann, dass die Schalensitze auch noch nur manuell zu verstellen sind. In der Preiskategorie ganz ehrlich, zumindest die Optionen anbieten. Das Thema Fernlichtassistent, dass der ab 180 kmh einfach gar nicht mehr funktioniert, ist für mich persönlich ein Tabu. Weil das geht wirklich um Fahrsicherheit. Und da kann ich sagen, das ist ein Fahrerauto, dynamisch, sportlich oder, oder, oder. Das Thema Fahrverhalten mag immer ein subjektives Faktor sein. Deswegen werfe ich den jetzt nicht so arg in die Waagschale. Aber der Verbrauch ist für mich mit über 47 kWh auf 100 km, wenn ich wirklich mal Vollgas fahre, oder auch bei einer entspannten Fahrt mit 21,5 kWh, viel zu hoch. Das kann für mich hinten und vorne nicht passen. Ich werde demnächst, oder das nächste Video, sagen wir es so, ist die Vollgasfahrt. Ich habe kein i4 M50 da. Deswegen nehme ich den i7 als 60er. Der hat 544 PS. Er ist deutlich schwerer. Und ich bin echt gespannt, wie hoch der Verbrauch da sein wird. Da bin ich jetzt mal wirklich gespannt drauf. Und ich würde sagen, lasst doch gerne mal eure Meinung da zum Video, zum EV6 GT. Liked das Video, abonniert den Kanal und ich freue mich auf die i7 Vollgasfahrt. Dann werden wir mal sehen, wie der Verbrauch vom EV6 GT dazu ist. Vielen Dank und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.